Entschuldigt, wenn ich euch beleidigt habe. Wie kann ich es wieder gut machen? Ach, ich bringe Gast aus Paris, hier ist Nathalie Likarr. Du hast neue Schuhe? Ja, aber nein, sie sind gar nicht neu, ich habe sie seit Monaten, aber es ist das erste Mal, dass ich mich traue zu tragen. Was? Ja, weißt du warum? Warum? Ich kann nicht mitgehen, das ist mein Problem. Wieso? Ich habe platte Füße. Das heißt, ich bin so, weißt du, und du weißt, es ist ein großer Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. In Frankreich, du trägst nur diese Schuhe, wenn du damit gehen kannst. Ja. Du weißt, es ist eine Regel in Frankreich. So, jetzt, ich weiß, ich bin lächerlich. Überhaupt nicht. Doch, 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 ich bin lächerlich, aber ich bin in Deutschland, das ist okay. Ich weiß, ich kann dir helfen. Das war eine Gemeinheit gegen uns. Ich kann dir helfen. Ich gehe neben dir und du gehst an meine Arm. Das ist einfacher. Und wir können reden, während wir aufhören abgehen. Hilft das dir? Ja. Aber ich gehe auf der falschen Seite. Scheiße, man sieht meine Knie. Wieso? Ich habe auch ziemlich schätzliche Knie. Ich habe meine Kleider ein bisschen. Aber was denn? Also, ich habe das festgestellt. Es gibt Frauen, Superstars in Deutschland. Ja. Sie laufen so. Aber sie haben natürlich hohe Schuhe. Das ist scheißegal und das ist total üblich in Frankreich. Nur die Frauen, die damit laufen können, tragen hohe Schuhe. So, was ich meine. Ja, ich weiß. Das ist eine große kulturelle Unterschiede. Wir können ruhig zurück. So, jetzt gehen wir zurück. Ist doch anstrengend für dich. Und weißt du, woran es mich erinnert? Man hat schon wieder meine Knie gesehen. Es erinnert mich daran an Besuche auf der gynäkologischen Station. Wirklich. Wo man sagt, in zwei Tagen kommt der Befund, aber solange gehen wir ein bisschen auf und ab. Und dann kriegst du meistens noch einen neuen Bademantel. Weißt du? Aber du kannst zurückgehen. Nee, ich weiß es nicht. Du warst noch nie im Krankenhaus. Doch, aber ich war noch nicht in einer, was hast du gesagt? Gynäkologische Stadt. Doch, aber nicht um so Kinder. Nein, man kann ja auch sozusagen Verschiedenes da mal checken lassen. Ach so, ja stimmt. Da war ich schon, aber nicht im Krankenhaus. Oh no. Ist das okay? Aber neulich sind wir entspannter gegangen, weil da bin ich gegangen und du bist Fahrrad gefahren, als wir uns am Rhein getroffen haben. Aber wir sagen nicht worüber wir gesprochen haben. Wir haben uns zufällig getroffen. Und ich war erstaunt, dass du dich traust am Rhein entlang zu gehen, obwohl viele Leute dich können erkennen. Und alle haben dich erkannt und sie wollen alle Autogramme und so weiter. Aber das ist doch mein Publikum. Ja, genau. Das bin ich meinem Publikum doch schuldig, dass ich sage, aber natürlich können wir uns fotografieren. Das passt mich nicht an. Aber ein Foto können wir machen. Ja. Und dann haben wir gesprochen. Wir machen auch keine Andeutung, worüber wir gesprochen haben. Non, 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 non. Das war doch. Über Freunde. Wir können sagen, das war ein bisschen privat. Aber war es auch intim? Un peu. Sag mal, apropos das. Ich habe eine Frage. Wir arbeiten, oh ich sitze ein bisschen. Ich muss nicht. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Du hast nie, du hast absolut nie, nie, nie probiert mit mir Sex zu haben. Kannst du mich das erzählen? Doch, aber du hast es nicht gemerkt. Nein, du hast es nicht probiert. Ich komme von der Vaterland von Dominique Stroskan. Für eine Französin ist es eine Beleidigung. Du hättest mindestens einmal als Öffentlichkeit probieren können. Ich hätte natürlich nein gesagt. Ja. Aber das wäre öffentlich gewesen. Aber die Zeit, in der deutsche, willenlose, französische Bumse sind vorbei. Wirklich. Das ist sehr liste, oder? Oder? Ich sehe gerade die Kollegen hinter der Kamera sagen, bei Europacup-Spielen ist es anders. Aber, aber non. Und jetzt wollten wir so viel über Politik sprechen, über Epto Czarni, die Karikatur. Ich habe dich ein Geschenk mitgebracht. Du hast mir ein Geschenk mitgebracht? Jetzt kann ich nicht mehr so elegant sein, tut mir leid. Sieht fantastisch aus. Ich habe dich ein Geschenk. Die neue Hüfte hat sich gelohnt, oder? Du hast ein Geschenk, ich darf es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es ein Geschenk ist oder eine Mutprobe. Wieso? Was ist es? Also Angst, ich habe dich eine Karikatur von Mohammed mitgebracht. Oh Gott. Vielleicht bekommst du einen Prozess oder eine Bombe auf die Fresse. Das ist Muhammad. Ja, Muhammad Ali. Das war die Sexbombe von Edith Piaf, du weißt das. Sie hatte Sex mit Muhammad Ali? Das war seine größte Liebe. Wirklich? Ja, natürlich. Edith Piaf? Oui, Edith Piaf war total verrückt nach Muhammad. Sie war nur 1,50 Meter groß, glaube ich. Ja, sie war sehr klein. Aber als sie klein war, sie war sehr arm, sie hat nicht viel gegessen. Es gibt viele gescheiterte Kleinkünstler, die dann Edith Piaf Abende machen. Hier in Köln und so. Ja? Es war toll. Es tut mir leid, dass ich nie versucht habe, Sex mit ihr zu haben. Aber jetzt ist es zu spät. Ja, ich weiß. Also für mich. Warum? Nein. Aber du weißt, ich habe dich das gefragt, überhaupt nicht du als Person und ich als Person privat. Sondern? Überhaupt. In Theorie. Weißt du, man muss nicht. Ob ich es mir vorgestellt habe? Boah. Oui, das ist, äh, ja, äh, aber es sind andere Bilder, haben das dann überlagert. Nein, es ist auch, du weißt, es ist auch eine Milieufrage. Ich habe gehört, in Frankreich und in Deutschland, das ist total üblich. Dass? Dass man Sex hat, wenn man im Fernsehen zusammen arbeitet. Es ist eine Kulturfrage. In Frankreich sowieso. Und in Deutschland hast du da nie etwas gehört? Dass Leute, die zusammen arbeiten, Sex haben? Ja, wenn du willst vor die Kamera, du musst Sex vorher haben. Ach so! Wie bist du vor die Kamera gekommen zum Beispiel? Äh, ja, ich wollte mich hochbumsen, aber keiner wollte. Ach so. Ja, aber das ist Theorie. Das ist Theorie. Das ist Theorie. Ja. Schönes Wochenende. Und, äh, ja, ich überlege. Au revoir. Und geh vorsichtig. Ja. Ich weiß. Wie sachlich? Toll. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, kommt gleich nach der Werbung, dann sage ich Ihnen, wie sie heißt. Bis gleich. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, hat für Furore gesorgt im internationalen Film. Durch die Hauptrolle in der Verfilmung des Lebens von Uschi Obermeier. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute für uns Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Natalia Avelon. Ich habe mich jetzt wirklich nicht reingetraut. Erstens wegen Nathalie, weil die Franzosen sagen, wenn eine Frau High Heels anhat, muss sie darin laufen können. Zweitens Sex miteinander haben, wenn man miteinander arbeitet. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Hast du das schon mal erlebt oder gehört zumindest, dass es so ist in der Branche? Ah, verstehe. Keine Ahnung. Ja. Du hast dich geoutet heute, also, aber. Ja, ich höre das, ich höre das, aber es endet natürlich meistens auf irgendwelchen Gerichtsfluren oder in illustrierten Redaktionen. Ja, aber bis dahin ist es ganz schön. Als ich heute gesagt habe, heute kommt Natalia Avelon, sagten die Autoren, wow. Denn, diese absolute Fans deines Uschi Obermeier, haben sich zum Teil sogar die DVDs gekauft. Was war das für dich für ein Gefühl, so eine, ja auch Ikone der 68er Bewegung zu spielen, wie die Uschi? Wie die Uschi. Uschi ist ganz toll, wirklich eine super Frau. Du kennst sie persönlich? Wir kennen uns, wir sind befreundet und sie ist wirklich super nett. Ähm, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich war 25, ein paar Jährchen her der Film, und dann habe ich mich gefragt, oh Gott, diese Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja. Mit Sex hatte ich zu tun, mit Drugs weniger, mit Rock'n'Roll, habe ich eher von meinen Eltern gehört aus den 70ern, aber ich habe mich ein Jahr vorbereitet, insofern war das schon. Ein Jahr vorbereitet? Ja. Was konkret da? Du nimmst Schauspielunterricht, du lässt dich coachen, du liest ganz viele Bücher, viele Lektüre, schaust dir ganz viele Dokus an, studierst ihre Bewegung. Ich bin nach Los Angeles geflogen, habe sie so ein bisschen studiert, ihre Sprache, ihre Körpersprache. Sie war auch bei uns zu Gast und hat gesagt, der eigentliche Rolling Stone ist der Mick. Ja. Äh, ist der Keith, der Mick ist ein Poser. Genau. Der Mick ist ein Poser. Ist der Businessman. Sie sind sich mal auf der Treppe begegnet bei ihr. Wer? Mick und Keith. Ja. Mick ging runter, Keith kam hoch. Genau. Oder umgekehrt. Ja. Und musstest du bayerisch sprechen? Ja. Aber du kommst ja nicht aus Bayern. Ich komme nicht aus Bayern, ich bin gebürtige Polin und bin in Baden-Württemberg aufgewachsen und habe mir das mit dem Bullen von Tölz antrainiert. Ich habe mir das reingezogen von morgens bis abends. Das bayerisch? Ja. Das heißt, umso werden wie Ulschi Obermeier hast du die Orti Fischer angeschaut? Über Umwege nach Rom. Ja, ja, ja. Und das hat aber funktioniert? Hat funktioniert, ja. Ja. Dann hast du sehr erfolgreich einen Hit gehabt als Sängerin. Was machst du denn lieber? Film oder Musik oder was machst du denn zur Zeit? Schauspiel ist wirklich das A und O für mich. Also ich bin Schauspielerin und das mit dem Song, das kam wirklich zusammen mit dem Film zum Soundtrack und ich habe Lust auf Musik. Ich kann ohne Musik, du weißt ja wie das ist, je nach Laune, je nach Musik. Ja. Hochhöhen, Tiefen und so weiter. Kennen wir alle. Und es macht Spaß, aber ich bin Schauspielerin. Und da soll auch in Zukunft verstärkt die Kurve nach oben zeigen. Eher nicht, sondern genau. Ja. Ja. Ja.